so hallo willkommen zu einem neuen soundcheck und kamera vergleich ich habe nämlich hier noch eine andere gefunden ja nämlich die irgendeine nikon ja keine ahnung die ist aber schlechter wie die die ich es habe wenn ich schon die machen dann sage ich auch die kamera die ich jetzt eben gerade benutze also die ich immer benutzen das ja dann die andere aber die ist schlechter deswegen werde ich die hier weiter benutzen bis ich mir irgendwo eine andere maule weil ich jetzt kein lied wieder mal finde was ich jetzt hochladen könnte ohne dass dann das kommt machen wir jetzt irgendein basslied hier und ja fangen wir mal an ja wir sind gleich mit dieser kamera wieder also im selben video und dann zeige ich diese kamera die ich eben jetzt benutze bis gleich so hallo und das ist jetzt die kamera die ich eigentlich immer benutze von casio casio ich sehe in youtube schon immer drauf ist auch schon weg naja fand ich immer ganz gut wie gesagt besser wie die hier jetzt so weiter eine soundcheck man sieht davon dass es irgendwie näher herangezogen also da ist es ist keinster eingestellt aber die ist generell näher wie meine andere halt so jetzt zeige ich euch mal das aber das wird so schlecht klingen also ja 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 Ja, das war's mit Ihrer Kamera. Die benutze ich eigentlich immer und auch weiterhin. Deswegen würde ich sagen, wir sehen uns bis zum nächsten Mal und ciao. Vielen Dank.